Servus aus Dortmund, ich bin's, euer Sidney. Herzlich willkommen zur neuen Folge Autobild, das Magazin. Wir testen für euch die neuesten, die coolsten, die teuersten und die günstigsten Autos. Ich weiß gar nicht, wo ich aufhören soll. Was ich euch aber sagen kann ist, heute haben wir wieder eine mega Sendung für euch mit den wohl wichtigsten Ford im Autobild-Check. Der Ford Lightning Heavy Metal ausgechoit. Hat er das Zeug, dem Verbrenner das Wasser zu reichen? Da, wo früher sechs- oder acht Zylindermotoren waren, gibt es jetzt 400 Liter Stauraum. Der größte Frunk, den es bislang bei einem Elektroauto gegeben hat. Und Angriff auf den Golf. Was kann der Opel Astra Sports Tourer gut und weniger gut? Das ist für Opel ein ganz, ganz großer Schritt. Das ist schon nicht mehr Massenhersteller. Und wir testen das Kanzlermobil von Olaf Scholz für eine halbe Million Euro. Bei mir darf man wenigstens ein bisschen die Sau rauslassen. Und das machen wir jetzt auch mal.